Die Firma Hegele aus Schorndorf ist spezialisiert auf die Produktion von Umschaltventilatoren. Herzstück ist die patentierte CleanFix-Technologie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren in Nutzfahrzeugen, liefert der CleanFix Umschaltventilator den erhöhten und optimalen Luftstrom bei der Reinigung, dank der exakten Ausrichtung des Flügelprofils und nicht mittels Änderung der Rotationsrichtung. Die Flügel der CleanFix-Ventilatoren lassen sich um die eigene Achse drehen, über die Querstellung. Angefangen von den ersten Produktionsschritten bis zur Fertigstellung wird das Produkt präzise kontrolliert. Denn bei der Herstellung der Ventilatoren spielt die Qualitätssicherung den entscheidenden Faktor. Forschung, Entwicklung und die Inhouse-Qualitätssicherung bieten die Grundlage für ein innovatives und effizientes Produkt. Neben Qualität und Innovation basieren die Grundwerte der Firma auf Integrität und Engagement. Diese Werte haben den Unternehmenscharakter geformt und machen die Hegele GmbH zu einem ganz besonderen Unternehmen. Hegele. Innovation trifft Qualität.